Hallo und herzlich willkommen in einem weiteren coolen Einzelkarten-Video von eurem Frischi Toastbrot. Und zwar habe ich mir gedacht, es darf doch echt kein Video zu der Hohen Priesterin der Prophezeiung fehlen. Ich meine, jetzt habe ich diese Karte auch mal, früher war sie richtig, richtig teuer, heute ist sie auch noch, ja, relativ teuer, aber man kann sie auf jeden Fall kaufen. Und was macht diese Karte so besonders? Wir haben ja wieder diesen ominösen Titel von der wertvollsten Karte der Welt. Stimmt das? Schreibt es in die Kommentare, findet ihr. Durch den Effekt ist diese Karte immer noch sehr, sehr wertvoll. Wir schauen uns einfach mal an, was uns hier der Effekt zu bieten hat. Und da haben wir erstmal die limitierte Auflage, okay, das ist ja schon mal richtig nice. Sie ist also vom Typ Hexer und hat einen super Effekt. Nämlich, du kannst drei Magiebuch-Zauberkarten in deiner Hand vorzeigen, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand einmal pro Spielzug. Du kannst ein Magiebuch-Zauberkarte von deiner Hand oder deinem Friedhof verbannen und dann eine Karte auf dem Spielfeld wählen und dieses Ziel zerstören. Das heißt, wir haben eigentlich zwei richtig coole Effekte. Man kann diese Karte sehr schnell als Spezialbeschwörung aufs Spielfeld holen, indem man eben diese drei Magiebuch-Zauberkarten hervorzeigt und dann kann man gleichzeitig auch noch ein paar Monster zerstören beziehungsweise andere Karten zerstören. Damit ist diese Karte immer noch sehr, sehr mächtig. Deshalb habe ich eine Bitte an euch und zwar schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Karte, wie ihr diese Karte haltet oder wie ihr sie findet. Ist sie wirklich noch wertvoll oder doch nicht? Ich bin auf jeden Fall gespannt und deshalb noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!